Grüß Gott zusammen! Morgen ist Dreikönig, großer Festtag. Der Herr erscheint in der ganzen Welt. Viele feiern erst in diesen Tagen das eigentliche Weihnachten. Ja, und bei mir ist der Kripperl. Aufbau natürlich auch fortgeschritten mit verschiedenen interessanten Figuren und auch vielen neuen Tieren. Einen präsentiere ich hier. Das ist der Elefant. Ein Elefant, ein Elefant, den Weg zu Jesu Krippe fand. Was tut er hier? Was soll er hier? Was hat's damit auf sich verwandt? Der Elefant, der Elefant, der trägt ein festliches Gewand. Denn er ist auch ein Repräsentant an der Krippe Jesu allerhand. Der Elefant, der Elefant, der steht nicht einfach rum im Gewand. Der Elefant, der Elefant wird auch von Jesus ausgesandt. Er soll uns froh machen in den Herzen. Das ist doch alles allerhand. Und ja, mit diesem schönen Gesangel grüße ich sehr herzlich zum Drei-Königs-Fest. Die Sternsinger werden morgen ausgesandt und gehen dann zwei Tage lang durch Mosach. Also wenn Sie ganz mutig sind, dann können Sie sogar noch im Fahrbüro auf dem Anrufbeantworter sprechen. Dann kommen Sie auch vielleicht zu Ihnen nach Hause. Aber da waren wieder zwei Listen weg. Die sind wieder aufgetaucht. Es ist jetzt schon ganz schön viel los. Dennoch ein schönes Festmorgen. Ein toller Gottesdienst mit viel Musik. Und die Sternsinger sind dann hinterher noch eingeladen zu Würsteln und zu einem Film, wo das Gebiet Amazonien ein bisschen erklärt wird, für das wir dies Jahr sammeln. Für alle Spenden ein herzliches Dankeschön. Aber lasst euch durch den Glanz der Weihnacht erfreuen. Und dazu segne euch der allmächtige und starke Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Für Gott zusammen.